Hey, heute zeige ich dir ein super leckeres Gulasch ganz ohne Fleisch. Undenkbar? Nein, umdenkbar! Anstatt Fleisch nehmen wir einfach Kartoffeln und so wird dein CO2-Abdruck direkt viel kleiner. Das Rezept findest du wie immer unten in der Infobox. Du startest mit dem Gemüse. Schäle die Kartoffeln, die Zwiebeln und den Knoblauch und würfle alles klein. Die Paprika schneidest du auf, entfernst das Kerngehäuse und schnibbelst sie noch fix in Würfel. Die Butter gibst du in einen Topf und sobald sie heiß genug ist, brätst du die Zwiebeln goldbraun an. Schau mal, genau so! Jetzt kannst du den Knoblauch dazutun. Würst alles noch ordentlich mit Paprikapulver, röste alles kurz an und lösche mit Essig und Gemüsebrühe ab. Die Kartoffeln gibst du zusammen mit Kümmel und Majoran dazu und lässt alles ein bisschen köcheln, bis die Konsistenz schön sämig wird. Schau mal, so muss das aussehen. Als letztes gibst du noch die Paprika dazu und lässt sie noch ein wenig mitköcheln. Noch kurz mit Pfeffer, Salz und Essig abschmecken. Mh, perfekt! Was machst du am liebsten aus Kartoffeln? Schreib uns das doch mal unten in die Kommentare. Die gewaschene Petersilie hackst du fein und verfeinerst das Gulasch noch mit einem Kleck saurer Sahne. Mh, das schmeckt einfach fantastisch! Probier es unbedingt mal selber aus. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben dazulassen und den Kanal zu abonnieren. Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!